Hallo Leute und willkommen zurück zu Breath of Fire 2 und wir sind immer noch mitten im Kampf gegen die Harpien-Pali-Taubi-Putti und... Ich... Immer musst du alles... Essen? Oder was? Scheiße. Schwerer Schlag. Na toll. Ja, du musst immer alles... Isst immer alles weg. Aua. Oh, 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 oh. Schwerer Schlag. Okay, stirb. Komm, bitte. Essen wir lieber friedlich. Ähm, ihr könnt euch auch wieder selber umbringen. Also dagegen hatte ich... Echt nichts. Bitte stirbierst. Eine weg, eine weg. Sauber. Okay, ähm... Item. Äh... Kräuter. Komm. Je nachdem, wer schneller ist. Ähm... Scheiße. Äh... Angriff... Taubi. Nein. Bitte nicht, bitte nicht sterben. Bitte nicht greif, bitte. Nein! Nein! Warum? Bumm! Scheiße! Mein wichtigster Charakter stirbt. Okay, Boch, jetzt hängt es... Jetzt liegt es nur noch ein Tier. Komm schon. Es ist nur noch eine Harp hier. Lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen, Boch. Bitte. Auch wenn mein Hauptcharakter jetzt tot ist. Ja, die Harpien sind tot. Oh nein, es gibt so viele Erfahrungspunkte. Oh nein, das ist nicht wahr. Scheiße. Nein. Ähm... Könnte es sein, dass Susi von diesen Vögeln gefressen wurde? Ich hoffe nicht. Am besten beeilen wir uns und finden sie, bevor es jemand anderes tut. Ähm... Scheiße. Verdammte Scheiße. Soll ich jetzt weitergehen? Ach fuck, ich geh zurück. Ich geh zur... Moments. Ach, scheiße. Nein! Ey, das ist doch Kacke! Kann ich nicht hier irgendwie runterspringen oder so? Ach man... Mann, das regt mich jetzt auf. Toll. 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 Oh... Das... Ey, Mann! Fluchterfolglos. Toll. Ja, fress mich auf. Ey, das ist doch echt scheiße. Ja, Boch ist jetzt überlevelt und... Ach, Mann. So. Gerade keine Bock auf Kämpfe, ey. Boah, ist das scheiße, ey. Mann. Mein Hauptcharakter. So, gut. Wenigstens kann Bock vor Untoten fliegen. Äh, fliegen. Äh. Ich meine fliegen. Ach, Mann. Jetzt dauert das... Oh, Mann. Und ich will das nicht rausschneiden. Jetzt ist es Kacke! Ey, sowas regt mich echt auf. Mann, Boch, du bist zu blöd zum... Ey. Hallo. So. Gut. Ähm. Ah, nein. Magie. Boah, ich hoffe, du lernst irgendwann noch den Zauber, äh, wiederbeleben oder sowas in der Richtung. Weil sowas könnte ich definitiv hier gebrauchen. Ach, scheiße, ich wollte doch nicht angreifen. Ja. Scheiße. Mann. Na toll. Auch noch vergiftet. Ich hasse Spinnen. Auch wenn's Menschen Spinnen sind. Spinnen. Ah. Spinnen, Spinnen. Genau. So. Entgiften. Boah. So. Gut. Weiter. Ach, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe... Okay, den mach ich jetzt fertig. Ist ja nur einer. Da hab ich keine Lust, mich mit fliehen zu beschäftigen. Puh, oh Mann. So, heilen. Wenn mein Hauptcharakter jetzt wiederbelebt wird, dann ist alles gut. Aber sonst... Okay, ähm, ich mach hier doch weiter. Oh, Gott sei Dank. So. Autsch. Schwerer Schlag. Und noch... Was? Okay, jetzt haben wir da ange... Hab ich nix gegen. Kannst du ruhig öfter mal so... Ja. Mal so machen. Zack, weg mit der Menschenspinne. So, jetzt fühl ich mich auch wieder besser. Jetzt bin ich nicht mehr so wütend. Weil mein Charakter tot ist. Oh, Mann. So, das ist aber echt ärgerlich, ey. Mann. So viele Erfahrungspunkte. Ah, na. Und... Oh, Mann. Und ich sterbe natürlich, ey. Scheißspiel. Aber gut, dass ich aufgelevelt habe. Immerhin auf Level 5 war. Sonst hätte ich bestimmt... Noch größere Probleme hier gehabt. Würde ich jetzt mal sagen. Ach, ja. Autsch. Bin ja gespannt, was mich hier noch alles... Erwartet auf mich. Noch so ein... Beklopter Boss erwartet. Ich bin sicher, hier kommt noch ein Boss. Die Havien waren bestimmt kein Boss. So blöd wie die waren. Wenn die sich schon selber angreifen. Ach, ja. War das Herrliche. Aber damit hatte ich echt nicht gerechnet, dass die so blöd sind und sich selber angreifen. Ach, ja. Ja, es ist doch so schön, ähm... Geschwisterliebe. Geschwisterliebe unter Habchen. Wenn sie sich ums Futter streiten. Mein Futter! Stirb! Mein Futter! War so. Naja. Und die Goblins. Die süßen Goblins. Sehen eigentlich schon ganz niedlich aus. Die erinnern mich echt an diese Gremlins. aus diesem Film. Mit, äh... Gizmo oder wie der Goblin... noch... Ne, Gremlin! Hä? Habe ich gerade Goblin gesagt? Och man, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich meine auf jeden Fall die Gremlins. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm... So, Harpien sind weg. Okay, äh... Hoch. Gut, ähm... Wieder ein Kampf. Einer nur! Oha! Wie bedrohlich! Zack! Dort! Vier Erfahrung... Oh Gott! Vier Erfahrungspunkte, sechs Münzen. Entschuldigung, Leute, für den Wuster. Ähm... Da ist so ein Stein im Weg. Ich glaube, wir können diesen Stein hier wegschieben. Aha. Aha. Oha! Steinschlag! Hä? Was ist das für einer? Oha! Ähm... Können wir jetzt... Nicht mehr weg, oder wie? Ups! Am besten tun wir einfach so, als wäre mir das nicht gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Typische Art, ey. Die typische Art. Abzuhauen. Wir waren's nicht. Ja, ja. Schon krass. Das Spiel ist auf jeden Fall cool. Ich mag Rollenspiele. Ich mag Rollenspiele über alles. Auch wenn sie runenbasiert sind und leicht frustrierend sind. Ich sag nur, hab hier gerade. Vor allem diese schönen 150 Erfahrungspunkte, die hätte ich für DJKR hier, mein Hauptcharakter, gebrochen können. Und wie? Herr Boch ist bestimmt bei Level 8 und wir sind gerade mal auf Level 6. Das geht gar nicht. Für mich aus dem Monster-Hauptcharakter mehr haben, eigentlich. Ich glaube, der Boch verlässt uns irgendwann. Was eigentlich schade wäre. Boch ist cool. Auch wenn er ein Dieb ist. Ähm, wo jetzt lang? Gehen wir mal hier raus. Ähm, oder runter. Scheiße, wo geht's lang? Ähm, Verwirrung. Ähm, Verlaufung. Ver- Drehung. Ähm, Magie. Verarzten. Zack, so. Gut. Das war nötig. Okay, ich gucke doch erstmal, was hier unten ist. Mit Ruhe. Gut, es war doch die richtige Wahl. Hier ist immer noch zu gucken. So. Zack. Mensch, ne Spinne. So, du bist weg. Nein, 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 nein. Oh, oh Gott. Von Vergiften war nicht die Rede, du scheiß Spinne. Spezialattacke. Boom. Oh yeah. Und, was ist in der Truhe? Oh, scheiße, ich muss ja entgiften. Magie, Boch, äh, entgiften. So. Gut. Und was haben wir hier Tolles? Die J.K. Ah, erhält Salateteller. Das war zum Ausrüsten. Rüstung machen wir Ihnen hier. Ähm, genau. Salateller, der so schön zerbrechen kann. Äh, ich hab's noch nicht ausprobiert, ob ein Salateller wirklich, äh, was aushält. Naja, egal. Ähm, vergiss es. Ähm. Wollte ich noch irgendwas? Nein, okay. Gehen wir mal weiter. Okay, kämpfen wir. Wie auch immer. Und Angriff von hinten auf die Goblins und zack, tot. Wunderbar. Und zack, tot. Gut. Zwölf, äh, nein, acht Erfahrungspunkte, zwölf Münzen. Und da rein. Okay, liebe Leute. Wir sind immer noch in der Höhle. Und in dieser Höhle gibt's im nächsten Video auf jeden Fall weiter. Also, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Und da riuner. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Biste und da loAKE. Und da rein.